Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life 2 Episode 2. Heute am 14.10. um 6 Uhr, ja, ich sag mal 40. Sehr früh heute die Aufnahme. Obwohl, ich hab ja noch nicht viel gemacht, nur in der Kleidigkeit gefrühstückt. Hintergrund, dass ich so früh wach bin, ist, äh, Julia hat eine Online-Verabgabe zum Zocken gehabt. Und das kann ja schon, hab ich immer gedacht. Kann ich doch direkt mit, mit aufstehen, ne? Dann hab ich einen richtig langen Sonntag heute. Und sowas mag ich ja immer sehr gern. So, ähm, genau, wir waren hier noch mitten auf der Straße unterwegs. Haben den letzten Punkt noch eben abgefahren, den letzten Vorratspunkt. Wo wir dann mithilfe einer Granate uns da oben katapultieren mussten. Und sind jetzt hier. Jo. Okay, solange nur die Zombies sind, kann ich ja auch das normale Brecheisen nehmen. Hab gestern Abend übrigens noch, äh, äh, vor Pennen gehen, mal eben so zwei Platin-Trophäen geholt. Das waren so richtige, also, so, so einfache Platin-Trophäen hab ich vorher noch nie gesehen. Ich hab für beide zusammen eine halbe Stunde gebraucht, mhm. Das ist einmal Jack and Jill das Spiel. Was ganz lustig ist, aber so ein bisschen meh. Ne? Wir haben ein Signal, aber ich seh hier nichts. Huh. Was war das? Ohne das Signal hätten wir das nie gefunden. Haha, Entschuldigung. War keine Absicht. Ernsthaft. Verdammt. Verdammt. Vermutlich wollen die Diener nicht ihr Zeug wieder. Ja, du schützt mich mal so lang, ne, während ich einsammle. Ja, wir haben einmal Jack and Jill, dann einmal so, so, so ein Ballerspiel. Das ist aber auch, also, das waren jetzt beides keine allzu tollen Spiele, auf jeden Fall. Aber wenn ihr einfache Trophäen haben wollt, einfache Platins. Scheiße. Ah, ah, man kann die, das Brett, die Bretter zerstören. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Scheiße. Ah, ja gut. Ne, wenn ihr einfache Platin für ihn haben wollt, dann kauft euch einfach. Full Blast das Spiel und, äh, das zweite war, wie gesagt, Jack and Jill. Ist wirklich super, super, super easy. Ich bin auch nicht stolz drauf. Eher, im Gegenteil, ich fühle mich eher schlecht, dass ich da jetzt die Platinen hab. Aber gut. Aber wie gesagt, vom Game-Player verpasst ihr da nix. So. Huch. Okay. Ich glaube, ich hab das jetzt soweit gesichert. Sie hat die ganzen anderen Scheiß gemacht. Ich muss nur noch mal, eben trotzdem noch mal gucken. Ach. Ich spiele gar kein, äh, hier Dishonored. Kann ich sagen, das ist noch Energie. Hab ich schon. Super. Ah, ich will das Medipack haben. Boah, ich geh mal weg da. Ach, ich hab voll den, okay, Scheiße. Das ist? Eine Signalfacke. Mhm, 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 mhm. Ja, okay, komm. Dann düsen wir weiter. Jetzt muss ich nur gucken, wo hab ich geparkt. Äh, mhm, 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 bä, bä, bä. Äh, mhm, mhm, bä, bä, bä. Fuck, wo ist mein Auto? Ey, Mann, wo ist mein Auto? Ah, da hinten. Guck. Oder? Ne. Das sieht noch zu ganz aus. Ja. Scheiße. Ach, da hab ich geparkt. So weit vorne schon. Okay. Und weiter im Takt. Ich wollte gerade sagen, die sind doch jetzt aber nicht sehr stabil, oder? So, mal gucken, ob ich hier noch weitere Vorratspunkte finde. Der Tool, der erscheint immer echt endlos, weil er halt den Bereich dahin noch nicht geladen hat. Weil irgendwie, das Licht bleibt immer auf der gleichen Entfernung. Achso, und ich hab gestern, äh, Dishonored, Tod eines Outsiders, zumindest das erste Mal durchgekriegt. Ich muss noch einen Stealth-One machen und so ein bisschen, ein bisschen was nebenbei, dann hab ich da auch noch Platte. Aber ich könnte mir vorstellen, krieg ich heute vielleicht sogar hin, ne? Mal sehen, mal sehen. Ich weiß doch gar nicht, was ich da dachspielen soll. So viele Probleme. Oh mein Gott. Wie kann ich mit meinem Leben nur glücklich sein? So. So, wir folgen jetzt einfach erstmal der Straße. Ah, okay. Warum sollten die Kombi hier eine Straßensperre errichten? Weiß ich nicht, weil der Tunnel böse ist. Biep, biep. Ach, das ist mein Radar, was so am Rumpiepen ist. Ah, okay. So. Ähm. Ich find die Tunnel auch geil. Von meinem Motor. Ich lese mal, wenn ich Gas gebe. So. Nehmen wir lieber... ...so ein Wäffelchen. Ah, okay, da... Hä? Hä? Ich denk mal, wir müssen auf den Gipfel vielleicht. Ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Oder versuchen wir es von hier nochmal? Ich bleib am Auto. Ja. Super. Danke. Für deine Hilfe. Ah. Wech. 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 Hallo, Mr. Lambda. Höre ich da was? Ne. Ich dachte, ich hätte den Kirchner gehört. Ja. Oh, nice. Ein bisschen Sekundärmunition für unser Impulsgewehr. Aber das benutze ich eigentlich sowieso nie. Wobei, die dann schon richtig geil wegfliegen. Eigentlich seke ich nach. Aber damit zu treffen ist für mich zu schwierig. So. Wir haben es gediegen. Wo komme ich da dran mit meinem Auto vorbei? Geh. Häuser werde ich jetzt nicht aus Kunstschaften. Ein bisschen Panzerung wäre zwar ganz geil, aber... Äh. Ist jetzt kein Muss. Und das ist die Wahrscheinlichkeit zu hoch, dass ich mehr Energie verliere, als ich erhalte. Aber mal sehen. Vielleicht muss ich ja doch in die Gebäude rein, wenn da jetzt vielleicht irgendwo was... Irgendein Barrikad ist, ich vielleicht entfernen muss. Guck. Dankeschön. Gerade noch von der Panzerung. Au. Ja, ja, ja. Moment. Ah. So. Ab in den Keller erstmal. Armbrust. Komm, wir teilen uns die Aufgänge auf. Äh, die, die... Doch, die Aufgänge. Aber macht sie eh nicht, ne? Wäre ja klug. Au. Von wo? Okay, nehmen wir dann doch mal lieber das, äh... Maschinengewehr. Was trifft mich denn da? Machen wir die alle. Ach, nee. Kann ich da durchschießen? Also wenn sie es künftig erwartet, dass er es auch kann. Sieht doch sogar so aus. Ja, kann ich. Sehr gut. Oh, perfekt. Mit dem letzten Schuss des Magazins... ...habe ich weggehauen. Scheiße! Das habe ich nicht kommen sehen. Okay. Was war das? Lass mein Auto in Ruhe. So nicht mehr ganz knusper. Hier, geh mal aus der Sonne, bitte. Ne, hier ist zu. Ein bisschen Panzer rum. Ich dachte, ich hätte gerade eine Granate gesehen. Habe ich auch. Okay, du kleines Arschloch. Oh no. Da ist irgendwo ein Wächter. Okay. So. Ich werde jetzt erstmal den kleinen Scheiß weghaben. Die stürmt jetzt nicht das Gebäude, oder? Das finde ich nicht so gut. Fuck. Okay. Einfach mal... ...auf den Glück. Nein! Scheiße. Die stürmt doch das Gebäude. Ab ins oberen Geschoss. Alex. Äh... Hallo? Ach, guck mal, wer der ist. Oh. Der hat beide kaputt gemacht. Das war auch schade. Ey! Ey, bleib hier! Du sollst mich doch beschützt sind. Das können wir jetzt nochmal versuchen. Feuer in the hole! Nein, das habe ich durch das Fenster geworfen. Ha, ha, ha. Ah, das klappt ja hier alles gerade wie am Schnürchen, ey. Ich bin ja beeindruckt. Okay. Oder eigentlich ist hier nichts okay. Hier ist doch gut. Sie wollen doch immer das Datenpaket. Komm ab, Alter. Den machst du kaputt? Kriegst du hin? Danke. Okay. Die Frage ist nur, wo ist der Wächter? Dabei ist auf jeden Fall ein Wächter gewesen. Oder Soldaten, die die Waffe des Wächters haben, was ich mir aber nicht vorstellen kann. Was ist hier? Hm? Ja, ich suche ja schon. Ich suche überall. Uh! Okay. Sehr gut. Energietechnisch sieht es ganz gut aus eigentlich. Bin begeistert. Oh! Hast du das gehört? Nein! Jetzt ist er hier drin. Okay. Ähm. Ach, da. Hallo! Nein! Aua! Wollt's mir keine geben? Alter, in so einem engen Gebäude. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, in der Ecke zu sein. Ah! Gut. Hä? Hä? Ja, das stimmt. Die mag ich auch nicht so gerne. Lade ich nicht auf meine Geburtstagsfeier ein. Holy shit. Wo kommst du denn her, hör auf damit. Fick dich! Fick dich! Okay, das ging klar. Das war in Ordnung. Ich brauch Granaten. Ach, Leute, das ist so jetzt nicht dein Ernst, oder? Bisschen Abwechslung wäre ja mal ganz lustig. Du bist ja eigentlich selbst mit einer Explosion von ihm reingeschossen. Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. So langsam hab ich sie im Griff. Ach, Quatsch. Nein, machen wir nicht. Wir müssen jetzt erstmal noch ein bisschen looten. Den Shit hier raus looten. Weil da waren doch diese lustigen weißen Charaktere. Die haben doch eigentlich meistens Munition fürs Impulsgewehr. Ha! Was hab ich hier so? Brrrrt. Und sogar Panzerung haben sie. Geil. Das will ich auch noch haben. Her damit. Dankeschön. So. Können wir nochmal speichern. War nicht hier oben noch irgendwo einer? Irgendwo hab ich doch nach oben hin... Gut. Ich hab jetzt gerade erst mal einen Kontrollblick gemacht. Ich hatte gerade ein bisschen Panik. Weil ich hatte keinen Ausschlag an meinem Ton. Aber egal. Aber ich hatte doch hier oben auch noch irgendwo einen... Einen von den weißen Kontrollen, die meistens ein Impulsgewehr haben. Und verflucht doch mal. Wie krieg ich das Kraftstelldeck? Au. Oh. Brrrr. Ah, ich muss außen rumlatschen. Ich hab mein Auto nicht mehr. Oh ne. Ich hab so hart dafür gekämpft, dass ich's hab, ne? Jetzt ist es einfach weg. Äh. Ja, gut. Ist halt so, ne? Na, was soll ich machen? Ja. Gerne. Offensichtlich hier in dem... In dem schönen Häuschen. Da oben. Gorn. Zahn zulegen. Oh, das sieht nach Kampfer aus, ja. Ich höre Fluggerätschaften. Och, schon wieder. Das ist aber langsam langweilig, ne? Ich weiß nicht, wie gut die Armbrust mit dem Jäger ist. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie da sehr effektiv kriegen muss. Aber man kann's ja mal testen. Okay. Jetzt, ähm. Au! So. Himmelarsch. Arsch. Ah, schön, wenn es funktioniert. Ich liebe hundertprozentige Trefferquoten. Aber die habe ich nun leider sehr, sehr selten wie euch vorstellen können. So. Das lohnt sich doch auch zu speichern. Das ist aber unfassbar. Im Gegensatz auch vor allem zum ersten Teil, also zum allerersten Half-Life. Wie viel Heilung es hier gibt, also wie viele Energieressourcen man hier immer bekommt. War das jetzt ein automatisches Gewehr oder was habe ich hier getroffen? Ach, dahin. Gordon. Okay. Okay, ich wollte nur gucken, ob das überhaupt funktioniert. Feuer in the hole! Ich habe zwei Grad angenommen, es sind fünf verschwunden, mindestens. Aha. Ja, dann mach das mal. Bitte. Och. Warum denn nicht? Was war denn jetzt mit dem Dialog los? Ich habe das nicht verstanden. Irgendwas hat er da wahrscheinlich nicht geladen können, irgendwie. Äh, okay. Ich zahle mich die ganze Zeit am übersteuern. Hm. Hm. Ah, ha, ha, ha. Gucken mal, was da oben ist. Aber ich nehme mal lieber meinen Brechers in die Hand, weil ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn hier oben Headcrap wäre. Ja. 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 Ja.